servus freunde da sind wir wieder mit unserem minimi hier umgeguckt hatten wir uns letzte folge schon unser kollege hier ist ja ins gras gebissen kameradrehen das möchte ich gerne haben wir haben einen jitter eine verdächtige spritze mit roter flüssigkeit nein dunkel orange hellrot darauf geschissen es ist orange rot verursacht zuckungen entfernt gerüstet okay hier ist auch noch was uh sehr gut davon kann ich nicht genug haben rakete wer bist du aus der nähe kannst du erkennen dass die katze kein halsband sondern eine erkennungsmarke trägt darauf steht tom sorgfältig macht sich bereit in deine arme zu springen und dann setzt sie sich wieder hin tierflüsterer schade schade wenn wir level up sind dann müssen wir auf jeden fall hier nochmal zurück vielleicht können wir die mitnehmen schade hier hey jared little brother how go they're dead use your blood you drag gotch them hot landers yet rest is jared's dad they killed him gunned him down like a dog what no no if i ever catch who did Heuleise, du hast uns zuerst angegriffen, du Affe. Alle tot hier. Wie kommt das Ding denn auf einmal hier hin? Ein Glasschlagring. Nett. Handgemenge. Da sind es hier nichts, ne? Okay, weiter kann ich nicht. Korpel Heule und Sonnens ist ein ehemaliger Marshal und Funkexperte, der im Ranger-Hauptquartier als Funk-Offizier dient. Okay. Welcome, Rangers. You may approach the Patriots. Two. When there were 50. Cold Logic says I should turn you away. That there aren't enough of you left to do the job at hand. But that Dorsey ambush was my fault. And I owe you more than explanations and apologies. So, here's something more tangible. The Dorseys didn't just attack you. They attacked my city. This one was trying to burn down our jail. If you want some vengeance for what was done to you, he's yours. Er ist Angefangener, das überlassen wir dir gerne. Oh, civilized. Around here we save trials for those whose guilt is in doubt. But, if that's what you want, I'll introduce him to Judge Watkins. He always follows the law. I'd like to bring all the Dorseys to justice. And maybe, with your help, I will. But for now, let me address your immediate needs. In addition to this base and the aid I promised your general, I'll be giving you the resources to return your force to full strength. Recruiting, training and equipping. It's not enough. I know. The men and women you lost can never be replaced. But it's what I can give you. I hope you'll accept it. We want only Rache to the Dorseys to take, but we won't say no to your help. Better than not, if our deal is still still. No deal. Wenn der Hinterhalt deine Schuld war, bist du zu etwas schuldig. Gib uns unsere Vorräte und lass uns nach Hause gehen. The deal's still in place. You help me, I help Arizona. And the flame of civilization spreads its warm glow a little further into the night. That's what we all want, right? Now, introductions. My name is Saul Buchanan. I own Colorado. Though you'll meet some who disagree. This base is your new home. From here, you'll aid my people and, more importantly, do the job I brought you here to do. Now. Yes, Joe? Pardon, Patriarch. It's Daisy. An update on the Garden of the Gods? All right. Sorry, Rangers. Still putting out fires. Two of my best are waiting for you inside. Darius Kwan of the Marshals and my old friend Sergei Gretzky. Go see him. I'll be in when I'm done here. Oh, yeah. Alles klar. Eine fette Keule hat er. Er hat er. Drinian Joel. Elite Vollstrecker, okay. Wer bist denn du? You're the leader there, lead. Okay. Pleased to meet you, Rangers. Okay. Ist ja noch irgendwas... Ne, ne. Ein Hund. Ein Hund hat wirklich was. Ein Rüstungskiste. die schauen wir uns doch erstmal an die rüstung plus vier panzerung benötigt stärke viel die schauen wir uns doch erstmal an hier inventar intro blablabla und deine werte deiner karakter kannst du im inventar bildchen mit der linken maus auch alter inventar zerlegen von waffen aber es klar zu legen du brauchst dringend panzerung ausrüsten ich sehe die gar nicht okay die ausrüstung war quasi für katz war in die neue ausrüstung alles klar ich verstehe ich verstehe was hast du hier wie kann man denn vergleichen ach so da rechts steht das ok panzerung 3 an so 4 ziehen wir das dinge noch mal an hier ich glaube ich würde die erstmal behalten bevor wir die sachen zerlegen oder so gut des ranger generals den könnte ich mir doch mal wow oh wow nicht schlecht alles plus eins glänzendes ranger abzeichen erfahrungsbonus plus fünf prozent nehmen wir doch okay ich würde sagen wir gehen mal rein war wenn die neugierig wenn die neugierig ich bin marshal derrius kwan und das hier ist sergei greizky gut zu meet ihr rangers glatt zu sehen friendly faces been rough around here these last few days dorsee's attacked us too snuck inside colorado springs und killed a lot of people situations under control now mostly the patriarch the patriarch thank god they never got near him he's the only thing keeping colorado from tearing itself apart and sorry about these alarms something must have triggered the old security system trouble is there's a bunch of angry robots guarding the computer that shuts them off how you deal with them is your call your base your rules yeah weird huh they weren't active when we looked the place over a few days back but gah let's talk after you kill the alarms i can hardly hear myself think okay dann speichern wir einmal kurz hier zack nehmen wir den yes verärgerte Roboter ok ok da können wir nicht rein ein schöner Müllhalde hier ok da kommen wir auch nicht rein hier kommen wir auch nicht rein dann müssen wir wohl hier rein Hmm hm Hello alaam 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 lak Hast du die ganze Zeit bewacht, Arschkicker, wir sind die Arizona Ranger, eine Nachfolgerei der Army Corps of Engineers der Vereinigten Staaten. Wir sind Regierungsvertreter. Ups, unser Fehler, wir sind schon auf dem Rückweg. Ist schon ein langer Untergang, du brauchst gar nichts und Sicherheitsroboter angreifft. Ich probiere das hier mal. Ja, cool. Beim Hochfahren flackert der Bildschirmsicherheitsalarm auf. Bei jedem Versuch auf dem Menü zuzugreifen, heißt es nur Kommandozugriff. Schließlich fragst du die Maschine nach der Identität des Kommandos. Sie antwortet Kommando leer. Neues Kommando festlegen. Mann, dann erscheinen schreckliche Fotos von euren Gesichtern auf dem Bildschirm. Eine Linie nach dem anderen. Kommando erkannt, Sicherheitsalarm abgeschaltet. Oh, nice. Well done, Rangers. Good to see the place up and running. Now, where were we? Oh yes, the reason you're here. Also, ich muss schon sagen, die Typen hier, die sehen schon fett aus. As you may know, I have a daughter and two sons. Liberty, Valor, and Victory. Two of them conspired against me, and the third blackens the Buchanan name with every breath he takes. Consequently, I banished them. They've been skulking in the shadows ever since, but lately there's been rumors that I'm on my last legs. Lies, of course. But apparently my dear children believe them, and they've started making new plans. Ain't you smart? I'm not worried about my children defeating me, Rangers. They won't. Not even Liberty. What worries me is the destruction they'll wreak as they fail. They'll tear my land and my people to shreds. They'll burn everything I've accomplished to ash. That's why they have to be stopped before they can start. That's why you, Rangers, have to find them and bring them home to me ASAP. And when I say bring them home, I mean bring them home alive. They're my blood. Kill them and we'll have a problem. Do I make myself clear? You've already done the impossible by making it here. I trust you. Find a way to make it possible. Now, let me tell you where they are. Victory is holed up in Aspen. Valor's under the protection of the Gippers in Denver. And Liberty is raising an army against me somewhere out on the Eastern Plains. Anything else you need to know? What do you want to know? Divided loyalty, that's why. I trust my guards, but they don't leave my side. Ever. Everybody else. Everybody else is making plans for when I'm gone. The hundred families, the Gippers, the Marshals, they're all out for themselves. And they know my kids would make good figureheads, give them some legitimacy. Any Coloradan I send to bring Vic, Val, and Libby back home might think they'll get a better deal elsewhere. But not you. I'm the only one who can save your people. Nobody else can get supplies to Arizona before they starve to death. That's why it's you who's doing this. You've got the only loyalty that works. The loyalty of self-interest. Boy's never been right in the head. Since he was a baby, he'd torture cats, terrorize the servants, set the house on fire. And he's only got worse. The things he's done to the women he finds. Oh, netto care. Anyway, I finally had enough and put the little monster under house arrest up in Aspen. I guess they weren't prepared because he escaped a while ago and then came back with a gang of freaks and turned the place into a slaughterhouse. Now he's on the radio, laughing about what he's going to do to his hostages and daring me to come after him. He, uh, claims he's captured some rangers as well. Don't get your hopes up. Vic likes to play with hostages. Might not be much left by the time you find them. What's on Vic, sir? Soft, spoiled, fiddled with computers all day instead of learning the arts of diplomacy and war. Finally packed him off when he accidentally crashed my security systems, right before his sister's little coup attempt. Made him my official ambassador to the Gippers. Opened due to their systems, what he'd done to mine. That was a mistake. He took his revenge by convincing him to cut off oil shipments to my city. Okay. No oil means no heat, no light, and no food for my people. So getting Valor back and resuming oil shipments from the Gippers has to happen now. No, but the Gippers are tough and well-armed. And Denver's a deathtrap. Tell us more about Liberty. Liberty's got more brains and cunning than both her brothers put together. She's the only one who could actually run Colorado. Problem is, she'd run it as a goddamn slave state. Everyone in chains, everyone working for her. Wouldn't worry about her for now, though. Best to wait until you get a little more firepower. She's going to be well protected. Okay. She's already tried once. Got all the way to the palace steps before we chased her off. She's been licking her wounds out east ever since. You'd better. Anything else? Uh-huh. The last dregs of a treacherous family. Thought I'd wipe them out years ago, but... Mistakes linger, Rangers. I know that better than most. Possibly. But I know the Dorseys from the old days. They don't take orders well. Then again, I wouldn't have guessed they'd have the guts to attack both you and Colorado Springs at the same time. So somebody put some fire in them. My staff and I coordinated the details of your arrival using coded transmissions on radio frequencies we thought were secure. Obviously, they were not. And you paid for it. I take full responsibility. Good. What else do you need? Nothing. I'd say we're done. Go on. Now, if you want a chance to impress me and maybe get a little payback, that call I got outside was from Sheriff Daisy, the head of the Marshals in Colorado Springs. She's having trouble rousting some Dorseys who have been holed up in the Garden of the Gods since their raid fell apart. Why don't you go give her a hand? Show us what the Rangers can do. Enjoy yourselves, Rangers. Just don't get killed. I want to return on my investment. All right. Let's move out. Okay. Oh. Cool. Ein Hirsch. Wer war denn der Typ? Ich würde auf jeden Fall jetzt liebend gerne... Yes. Ich glaube, wir haben Level Up, ne? Ja, geil. Einführung in die Herstellung. Braucht ihr eine Matchspritze? Eine... Einkaufen mit der Herstellung könnte ich... Blablabla. Attribute. Ah, ja. Ist okay. Chill mal. Will mal. Achtsamkeit. So. Ähm. Steht. Ähm. Ich würde gerne Tierflüsterer einmal machen. Äh. Brauchen wir Tierflüsterer auf eins. Wir haben noch zwei Punkte. Jetzt gehe ich nochmal einen auf Führung und einen auf Erste Hilfe. Bestätigen. So. Und jetzt muss ich noch einmal hier... Ähm. Du brauchst mehr Aktionspunkte, weil deine Waffen mehr Aktionspunkte benötigen. Ist das, glaube ich, sehr sinnvoll, ne? Ich glaube, so passt das. Vorteile haben wir noch keine. Gut, ich würde das so lassen. Wer wart ihr hier? Hier waren auch noch welche. Okay. Rangers. Come talk to me when you've got a moment. Wanna discuss staffing and recruiting. That kind of thing. Wir müssen do it. Good job, rangers. Nice to be able to hear ourselves think again. And now that it's quiet enough to talk, let me reintroduce you to the great Sergei Gratsky, who's going to be helping you with personnel. Hi again, rangers. Damn sorry about your people. But now that you're here, we'll do what we can to get you back on your feet and find you some new recruits. Just like the Patriarch promised you. And I already got you one of the best. Meet Marcelo Gonzalez. Electronics wizard, radio technician, and former dispatcher for the Marshals. He'll be your radio operator. Howdy, Rangers. While you were dealing with the alarms, I took the liberty of installing a combat AI in your vehicle. Should help you out. If you want to chat, I'll be in the operations room, getting things up and running. Should be more recruits arriving soon. Ready to tell me how you want to fill out your squad? Ranger, rede mit bla bla bla, um neue Ranger für deinen Trupp zu organisieren. Dein Trupp kann bis zu sechs Mitglieder umfassen. Nicht mehr als vier können Ranger sein. Die anderen beiden Plätze können von Begleitern wie Marshall, No, Own, No, Keine Ahnung, besetzt werden. Begleiter sind einzigartige NPCs, die kein offizieller Ranger sind, aber trotzdem helfen möchten. Auf deiner Reise durch Verlust du vieles zu vielen B-Ranger mit Leiten. Okay. Bevor wir zu all dem kommen, haben wir ein paar Fragen. Noch mehr labern? Oh Gott. Das wird eine sablige Folge, glaube ich. Ähm. My advice is to put together a squad with complimentary skills. Nobody can be great at everything. So pick recruits who are good at things your current team isn't. And you can always round out your squad with folks you meet along the way. Keep that in mind when you're choosing from the recruits I've rounded up. Schlösser knacken will ich, glaube ich, nehmen. Ich glaube, da habe ich noch gar keinen. Heißt, Scharfschütze. Heißt, Scharfschütze. Oh, ich kann noch einen mitnehmen. Kostet mich das überhaupt irgendwas? Sasquatch. Scharfschütze. Scharfschütze. Blauen Scharfschütze ist, glaube ich, auch nicht verkehrt, ne? Schwere Waffen. Schwere Waffen. Automatisch. Erste Scharfschütze. Hinterhältiger Scheiß Waffen Modifizierung. Weiß. Okay, wir haben insgesamt drei Scharfschützen, ne? Tierflüstere, hinterhältiger Scheiß. Überleben. Ich glaube, ich nehme die mit. Ja, Tierflüstere habe ich selber gerade gelernt, ne? Das war jetzt ein bisschen, ist jetzt ein bisschen blöd. Ich nehme die mit. Ja, soll reichen. Ich kann euch alle die Scharfschütze, die ihr braucht. Aber wenn ihr mit irgendwelchen talenteden Menschen in eurem Geist, Sie müssen sich nicht behaupten, um sie zu signieren. Jetzt haben wir das geschlossen, wir sprechen über die nächsten Schritte. Jetzt sind Sie hier der Boss, also ich werde Ihnen nicht sagen, was zu tun. Aber es wird das Ort nicht ein schlechtes Ort beginnen. Das bedeutet, über die Basis zu lösen, und zu finden einen Specialisten, um es zu verabschieden. Perfect. Das wird dir eine Chance, zu sehen, ob etwas von den Diensten hier ist wert, bevor ich das alles rauskomme. Äh, ich glaube, wir haben genug gequasselt, glaube ich. Was? Äh, eine Minute. Entschuldigung, dass ich das sagen, aber ich glaube, dass ihr Leute brauchen so viel Hilfe im Feld, wie hier in HQ. Also... was, wenn ich dein Team zusammengehebe, zumindest bis du deine Füße findest. Great. Ich bin auf deinem Bezug. Leid den Weg. Okay. Begleiter 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 5. 5. 5. 6. 5. 10. 10.